Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wir sind uns schon mal begegnet. Verschwinde. Ganz ruhig, Junge. Hörst du nicht, verschwinde. Was ist hier eigentlich los? Ich kenne diesen Mann. Was heißt, du kennst ihn, das kann nicht sein. Ich kenne diesen Mann, ich kenne ihn. Michael, bleiben Sie da, wo Sie sind. Halten Sie sich hier raus. Woher kennt ihr euch? Mom war gerade unter der Erde. Und du in einem Erziehungsheim. Sie übergaben mich einer sogenannten Pflegefamilie in der Pershing Avenue. Ich wurde verprügelt. Und eingesperrt. Wenn du im Dunkeln sitzt und eine Weile wartest, gewöhnen sich deine Augen mit der Zeit an die Dunkelheit. Du fängst an, Dinge zu sehen. Egal wie klein sie sind. Und wenn es sie wirklich gibt, können sie dir von Nutzen sein. Bei dem einzigen, was du noch willst, wenn du allein im Dunkeln sitzt, rauskommen. Michael! 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 Ist es wirklich so gewesen? Michael! Lincoln! Das verdankst du ihm? Ist er daran schuld? Michael! Wie konntest du das nur tun? Mit deinen bloßen Händen? Es ist okay. Er wird ihm nichts mehr tun. Du musst keine Angst mehr vor ihm haben. Komm mit. Komm mit, aber nicht umdrehen. Michael! Michael! Alles wird wieder gut. Sechs Monate musste ich dort bleiben. Wo warst du? Und seit wann wusstest du davon? Ich konnte dich nicht schneller finden. Du wurdest ständig woanders hingestellt. Und dann bist du wieder weggegangen. Denkst du denn, es fiel mir leicht, dich so zurückzulassen? Euch überhaupt im Stich zu lassen? Es war von Anfang an meine Schuld. Darüber bin ich mir völlig im Klaren. Euer Leben ist meinetwegen so, wie es ist. Ich weiß von der Company. Link hat's mir erzählt. Du warst so eine Art Analytiker, was dir wichtiger war als deine Familie. Ich dachte, das Richtige zu tun. Ich wollte euch doch damit nur schützen. Wovor schützen? Vor wem? Die Company hatte Feinde. Ich war wichtig für die Company. Und dadurch gefährdet. Wer an mich rankommen wollte, hätte das über euch leicht geschafft. Ich bin ausgestiegen, als mir klar wurde, wie korrupt alles war. Selbst die Regierung... Du bist aber auch nicht danach zurückgekommen! Nein, weil ich es nicht konnte! Michael, sich gegen die Company zu stellen, hat mich und euch in noch größere Gefahr gebracht. Ich hätte nicht zurückkommen können. Wir waren deine Söhne. Das seid ihr immer noch. Wir bringen das wieder in Ordnung. Denn jetzt bin ich bei euch, damit wir das zusammen hinkriegen. Das bringen wir nie in Ordnung. Bis zum nächsten Mal.